Hallo zu meinem zweiten Erfolgstipp. Heute werde ich dir einen Tipp geben, wie das Wichtige, was du zu sagen hast, mit großer Bedeutung bei anderen ankommt. Der Tipp heißt ganz simpel, fülle deinen Platz aus, bevor du zu reden beginnst. Stell dir vor, du bist Vorsitzender eines Vorstandsgremiums oder Teil eines langjährigen Freundeskreises und jemand Neues kommt dazu, wird gewählt, lernt ihr kennen, wie auch immer, ist sympathisch und nett, aber keiner kennt ihn näher. Und plötzlich fängt diese Person an, alles zu ändern, Vorschläge zu machen, Dinge hinterfragen und alles irgendwie ein bisschen an sich zu ziehen. Du ahnst, was ich meine? Deswegen mein Tipp, wenn du in einem neuen Gremium bist, in einer neuen Aufgabe und Gruppe, lass die anderen dich kennenlernen. Lerne du die anderen kennen. Dann wird das, was du zu sagen hast, mit viel größerem Gewicht und mit viel größerer Wertschätzung angenommen werden. Viel Erfolg dabei!